Ich habe jetzt hier einen Brief vorbereitet, der ist allerdings noch nicht ganz fertig in der Rohform und wir wollen das Ganze als Dokumentenvorlage abspeichern. Hier müssen wir noch Randeinstellungen vornehmen, das geht unter Format Seite und hier unter Seite, da können wir dann noch entsprechend hier die Seitenränder festlegen. Links haben wir nach DIN 5008 2,5 cm, rechts unten, das können wir auf 2 cm lassen. Oben sind es normalerweise 5 cm, ich erkläre auch gleich warum normalerweise. Wenn ich jetzt nämlich sage, hier ok, dann habe ich hier diesen 5 cm Abstand. Sobald ich aber hier in den Bereich eine Kopfzeile einfügen möchte, rutscht alles noch mal weiter nach unten. Das heißt, ich muss hier noch mal auf Format Seite und dann hier die Kopfzeile anwählen und dann sage ich erst einmal, der Abstand ist hier 0. Das heißt, die Kopfzeile schließt direkt an dem Textbereich an und die Höhe, die setze ich mal auf 1,5. Und dann schaut das Ganze so aus. Allerdings, dadurch, dass wir jetzt hier 1,5 eingestellt haben, stimmt diese Höhe von 5 cm immer noch nicht. Das heißt, wir müssen noch mal auf Format Seite und dann sagen wir hier statt 5, 3,5. Und jetzt habe ich hier wieder meine entsprechende normgerechten Abstand von oben mit 5 cm. Der Absender, der gehört natürlich hier raus und hier entsprechend rein. Ich kann das Ganze dann auch entsprechend dann noch rechtsbündig setzen. So, hier kommen dann die Empfängerangaben. Gut, das ist jetzt hier für dieses Video nicht relevant. Die fingen dann in der Zeile 4 an und hier das Datum dann auch in die entsprechende Zeile rutschen. So, wie schaffe ich es jetzt, dieses Format als Dokumentenvorlage verfügbar zu machen? Ich schließe mal hier nicht das Programm, sondern dieses Dokument und dann sehe ich, ich bin hier in einem Dokumentenmanager. Ich kann hier weitere Writer-Dokumente öffnen, Tabellenkalkulation. Ich kann hier aber auch auf Vorlagen gehen und dann sehe ich hier meine organisierten Vorlagen. Ich brauche jetzt meinen Privatbrief nochmal und den möchte ich jetzt entsprechend verfügbar machen. Dazu muss ich den erst mal speichern und zwar nicht als OpenOffice-Dokument, sondern als Textdokumentenvorlage, also OTT. Ich speichere das Ganze mal erst auf dem Desktop. Also Privatbrief.ott speichern. So, und jetzt kann ich sagen, Datei neu, Vorlagen. Und im Rahmen von diesem Dokumentenorganisationsfenster kann ich hergehen und sagen, neuer Ordner. Ich nenne den mal Privat. Und dann gehe ich hier drauf und sage Importieren. Und jetzt habe ich hier mein OTT-Dokument. Wenn ich es jetzt als normales Dokument gespeichert hätte, ginge das nicht. Also hier die OTT anwählen, öffnen und dann habe ich die hier entsprechend verfügbar in meinem Privatordner. Ich schließe das mal nochmal. Und jetzt sehe ich hier Vorlagen. Hier ist der Privatordner. Wenn ich den anwähle, habe ich hier meinen Privatbrief. Und das Ganze ist dann keine OTT-Datei mehr, sondern, wenn man hier schaut, speichern unter, ein ganz normales OpenOffice-Dokument.